Farid Bang reagiert auf seinen Cousin bei Aiken, oder? Ist das der? Cousin von Farid Bang bei Aiken, okay. Äh, Uah! Wo können wir den sehen? Hier? Okay, wir hören uns den mal an. Er reagiert halt wirklich nur auf den Auftrag von ihm, ne? Auf nichts anderes. Krass, Alter. Ey, aber guck mal, Skandal. Wenn das scheiße ist, ich sag dir das, ne? Uuuuh, knallhart! Also. Musiker wie Many Men, ich bin nicht 50 Cent, doch ist bitte besser wie Will I Am.